So, radieren wir sicherheitshalber alle Kraftwerke gleich mal aus, dann hat sie das gleich erledigt, und irgendwie zurückschießen, scheiß Zettler spulen. Oh, so war ja einer vom Feind, deswegen konnte ich den nicht in meine Gruppe integrieren. Ich habe mich schon gewundert. So, jetzt müssen wir die restlichen Gebäude ausradieren, und wir haben alles. Ja, ja. Oh, locker, locker vom Hocker. Hallo, schießt da auch mal ein paar Raketen rein? Ja, Raketennagel, alles was da ist. Stehen da noch so ein Gezentrum? Hä? Oh, ist ja der scheiß Bunker. Was soll's, machen wir denn auch noch platt? Ist das nicht so, dass... der Akt... Und ja, komm schon, mach dir mal platt. Oho, die haben da noch zwei Bauhöfe. Ja, geht's noch? Oh, ist das alle nur eine Attrappe? Interessante Frage. Hm. Kann man die Felder nicht auch in die Luft sprengen? Wie sie alle einmal schießen und irgendwie... WURP! What is? Cool. Cool ist scheiße. Was macht der hier da unten? Der fällt mir zu meinen Tesla-Spulen, wie es aussieht. Ja, das ist ja nicht von ihm, wie ich finde. Ach, heilig. Wir sind nicht gerade weit gekommen, der Typ. So, zwei Gebäude noch, und alles wird gut. Und dann die Leute, die noch rauskommen, und dann ist alles vorbei. Gut. Ja, ja, jetzt höre ich die mal. Na, also. Geht doch! Ja, ja, diese uralt Billig-Videos. Das Zeug passiert, das ich nie gemacht habe, nie gemacht hätte, und würde, und ach. Leckt mich. Aber ich wusste, dass ich es so schön da hätte reinschießen können, hätte ich einen Bauhof der Allianen nicht verkauft. Aber echt nicht. Äh, waren das jetzt alle Missionen? Ich glaube schon. Ja. Das waren dann erstmal alles. Dann mache ich jetzt die Ameisen-Kampanier. Hey! Gefechtsführung beendet. So, es geht weiter mit der, äh, Ameisen-Kampagne. Ich lese mal den Change-Log, äh, Change-Log, hm? Den Sessions-Frieden vor. Wir haben in Kontakt zu einem unserer Außenposten verloren. Kurz vor dem Abbruch der Verbindung bekamen wir noch eine Meldung, der von Mutation die Rede ist. Aber wir haben keine Ahnung, was das bedeuten soll. Erkunden Sie das Gebiet, reparieren Sie den Außenposten, und erstatten Sie Bericht. Wenn es da draußen eine Gefahr gibt, schicken wir Ihnen Verstärkungen. Halten Sie die Basis betriebsbereit, und bleiben Sie in Funkverbindung. Wir wollen den Stützpunkt nicht nochmal verlieren. Joa, wir haben hier eine, naja, akzeptabel große Karte. Und ich muss das mal schauen, wie man wieder in den, äh, wo ist denn der Außenposten überhaupt? Ist da Geld drin? Nein, nein, ach, die Kasse ist. Ja. Ameisenkampagne, so ähnlich wie eine saure Kampagne. Nur, dass man die hier, dass sie immer noch versteckt ist, könnte man sagen. Und wo ist der Kack-Außenposten? Also, wer sich weiß, man muss auf diesen Lautsprecher im Hauptmenü oben rechts, da mit Shift links gedrückt halten, also Shift, und dann linke Maus, dass du auf diesen Lautsprecher klicken, und dann läuft es. Dann kann man auswählen, wenn man die auf schwer möchte, oder leicht, oder normal, oder, wo ist denn dieser scheiß Außenposten? Ich fahr gleich an den Feind rein, ich weiß es einfach. Oh, oh. Was heißt, die Zeit läuft? Okay, wir reparieren erst mal die Kraftwerke und wir reparieren erst mal alles, außer das Silo, das verkaufen wir. Oh, oh. Oh, Ameisen! Ne, wir halten uns nicht so aus. Wollte ich gerade sagen. Oh, wo kommt der jetzt her? Eh, die jetzt. Die Ameise. Ist ja eigentlich die. die Ameise ist weiblich, ja doch, also die, boah, ich grenadiere, hm, ich weiss nicht, Finanzmittel, ja, 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 wir schauen uns mal ein wenig weiter um, aber, das ist schonmal alles, nein, ich habe nur kein Geld mehr, fast praktisch dasselbe bei mir, ach, was zur Hölle, fahr doch mal weg, fahr doch weg, fahr doch weg, nein, ach, leck mich, nicht, ich muss die Ameise erst mal sterben, geht ja nicht anders, so, eins lasse ich mal da unten platziert, so zur Sicherheit, oh, da kommen schon wieder zwei, aber, die laufen, warum fährst du jetzt nicht einfach da wieder rum, hallo, ich gehe vielleicht doch nicht die Karte erkunden, ähm, ich wünschte, ich könnte irgendwas verkaufen, ich behalte aber lieber erst mal alles, oh, ne, die Kopter, ja, habt schon recht, boah, die machen so in bloß viel Schaden, ist doch nicht lustig, hallo, falle rein, hallo, falle rein, boah, das ist ja pervers, tötet die, das tötet sie schon, boah, ARGH Toll Gesamten Die sind immer noch total am Arsch Wo sind die versprochenen Verstärkungen Erzählt mir jetzt nicht Das war die Verstärkung Das war scheiße War weg Hallo Oh Feuerameisen Toll Hallo bewegt euch Nein nicht meine Raffinerie Sammelt weiter Nein Leck mich Ja 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 Nein Leck mich Sammeln wir ein bisschen schneller Junge Ah Lass meine Raffinerie in Ruhe Hallo Töne die doch mal Na Na endlich Um schon Ach da ist der da oben Nein Nein Komm mal in die Dachinerie Ach nein Okay wir starten nochmal von vorne und testen was ganz anderes Und zwar erstmal wenn irgendein dieser Hütte mit Geld drin ist Das wird immer sucht gar nicht So Das ist auch nochmal ein Arzt Okay Nein da ist nirgendwo Geld drin kann halt sein Gib mir doch ein Geld Hier Geld Was Ich hab die Basis noch gar nicht entdeckt Ah jetzt hab ich sie entdeckt Keine da oben ist noch mehr Arzt Mal wie es aussieht Die Wünge können nicht höchst in die Luft jagen Toll Das ist dann wahrscheinlich total nutzlos aber was da ist Die können die auch noch sprengen aber das bringt mir auch nichts Die Verstärkungen sind eingetreten Hm 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 Ich mach einfach mal gar nicht Schauen wir ob ich mich entscheiden wenn alle Gebäude vernichtet wurden Hm Hm Könnte interessant werden Vielleicht noch Geld drin Nein Feuermalde geht voll ab So ne Feuermalde oder? Feuermalde 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 Ähm Was? Ich hab sowieso nicht fehlgeschlagen? Okay Mach mir jetzt wegen verwirrt Und das nicht nur ein wenig Sondern schon ein wenig mehr Kann mir nicht vorstellen dass das jetzt so funktioniert wie ich mir das gerade denke Das ist total Nein die ignorieren meine Soldaten nicht Nein die wissen genau wo sie sind Und laufen direkt auf die zu Und laufen direkt auf die zu Schade Einst abbrechen Neustarten Ja Ja So schnell wie möglich da rauf Komm schon Fahrt schneller Vollgas Wirkt das Gaspedal auf die straße Mensch Neue Fahrurz Zeit läuft Ja Mach immer hier mit der Ruhe Nur was ich wirklich brauche Brauche ich eine Radar Station? Nein Ich brauche auch hiervon viel nicht Das brauche ich auch nicht Und dann baue ich Rangers und Schützen Und einen Sunny Töter müsste ich auch noch bauen Da weiß ich nicht ob ich die behalten will Ich sag einfach mal ich will die behalten Ja Ja Wir bauen mal einen Sunny Warum kann ich Warum kann ich das da unten nicht verkaufen? Ich verstehe Wir sammeln Gesammeln Das Spielgeschwindigkeit kann wir ein wenig schneller drehen wer findet das sowas krieg ich da, da krieg ich Geld was sagen wir mehr jetzt als na Medic stellen sie mal eben weg So, hier stelle ich mir da unten hin, zu dritt am besten, ja, das war sehr schön, oh, 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 doch gutes Verhalten, ja, schützen, wir müssen uns ja beschützen, ja, so muss das sein, so ist das fein, so kann das, so kann das vielleicht sogar was werden, wir müssen sichern auf jeden Fall mal nach, so, wir stellen hier noch ein bisschen was auf, hier wegen Abstand, so, ähm, ich muss unten auch noch was hinstellen, stelle ich das fest, Oh, aber dringend, ist da noch mehr Geld, nein, was soll denn der scheiß Rassismus hier, braucht da unten noch so ein Trop, ein großer Trop, kein Geld, so ein Dreck, ein Dummer, Ja, das ist jetzt natürlich, äh, da ist der Bunker gerade erst mal wichtiger, weil, den kann ich nicht neu bauen, ah, wo ist denn noch, hier war doch noch irgendwo Erz, da, Mineralien waren da noch, aber fangen wir da ein Stück weg, Ist da noch Geld drin, da ist noch Geld, dieses Geld, Geld, was, wie ist die denn da durchgekommen, ja, hat sich erledigt, ist auch von ganz alleine, Herrlich, einfach herrlich, Wow, nicht lustig, ganz und gar nicht lustig, Schütze und Ranger, Schütze, Das kann ich aber komplett, das kann ich überhaupt nicht verkaufen, warum auch immer nicht, äh, wir stellen mal noch ein paar Soldaten, da unten hin, da stellen wir noch ein Jeep hin, und noch mehr Schützen, wir müssen uns ja schließlich beschützen, äh, äh, ja, schon beim ersten mal nicht lustig, aber ich ganz oft erzählen wird er bestimmt irgendwann lustig, äh, die Wand da oben rein im Prinzip auch verkaufen, Oh, noch Schützen, Oh, noch Ranger, noch Schützen, Hier kann ich es nicht verkaufen, das Stück kann ich noch verkaufen, Hör ich auf, meinen Bunker anzugreifen, Scheiß Insekten, Ich mochte Ameisen noch nie, Einsatz, wir speichern, Yes Sir, At once, Yes Sir, Acknowledge Ich hab jetzt erst mal die Affinerie hab ich gerade beschlossen, äh, Das kann man auch so lassen, hier kann man auch noch ein Stück verkaufen, wir haben die Kohlen, wird gebaut, Wird gebaut, Warum kann ich das nicht verkaufen, verstehe ich nicht? Es kann man jetzt zu viel verkaufen sonst, aber du fährst jetzt natürlich, was? Was war das denn jetzt? Einsatz, wir speichern. Affirmative Es hat jetzt einfach nebenaus gekebt, habe ich das jetzt eben wirklich gesehen, wird gebaut, So, die stelle ich noch da mit hin, tue ich da hin, du fällst da hin und du da hin. So. Könnte sogar was werden. Mal noch wegen Infanterie. Mal noch ein wenig, dann ranger und dann kommt ihr gar nicht mehr erst in die Basis. Oh. Ich hab da 1 zu viel verkauft, scheiße. Fuck. Dann muss ich den da mal runter stellen. Gut. So kann es weiter gehen. Hoffe ich mal. Hoffe ich wirklich mal. Wenn die Brücke noch zerstört wäre, würde mich das freuen. Und du wirst jetzt so rum fahren. Ich würde gegiert hatte, anders zu fahren. Unglaublich. Hm, was soll's. Achja. So. Machen noch ein Stück auf, damit die Ameisen gut reinkommen. Und ich bräuchte jetzt noch einen zweiten Sammler. Ich denke, ich bin ganz gut geschützt. Erstmal. Oh, wenn die mir Mammutpanzer jetzt lieber wären. Hallo, du sollst da rein fahren. Was ist jetzt gewartet, dass ein Kollege kommt oder was? Hm. Hallo. Was solltest du normalerweise alleine tun? Ha. 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 Idiot. Ha. Wie passend. Ist genau richtig fertig geworden. Ein Halbzeit. Unser Stützpunkt wird angegriffen.